Enheim! Nächste Woche geht ja bekanntlich die Schule los und der Chef ist dann im Urlaub. Aber ich habe was für euch bestellt, liebe Kinder. Die, die noch nicht in die Schule müssen, können sich hier das Heftchen abholen. Ist zum Ausmalen, Emily und Emil, unterwegs. Tippt sie auf Reisen. Ganz wichtig für die, die in die Schule müssen, ein Stundenplan. Dann habt ihr hier das Vokabelheft. Und, naja, Hausaufgaben müssen auch gemacht werden. Müsst ihr aufschreiben, was ihr so die Woche über an Aufgaben bekommt. Und die Älteren, naja, die Apotheken und Schau tut es auch. Lasst euch's gut gehen!